Leute, wir kommen zurück, es geht weiter! Wir sind hier stehen geblieben! Und ich musste die ganzen Kerzen entzünden, als ich das gemacht habe. Ich höre, die Kerze kommen, wurde mir gesagt. Du kannst fragen, wenn du willst. Die schmieren mir doch all nur Honig ums Mal. Und wer soll diese Bastion sein? Und wieso sollte er außerdem in die Dorfrecken wohl? Ich kann nur darunter. Ähm. Loslassen wohl nicht. Will ich. Also wie gesagt, dass ich Handkäufe zu finden, ist... ist ein bisschen schwieriger wie... wie ähm... im anderen. Also wie am ersten Mal. Ja. 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 Ich hab doch irgendetwas. Ich hab doch irgendetwas... Hallo? Und da über das Holzgerüst können wir es sicher besorgen klättern. Den Tuch. Oh Gott. Und unten! Wie war's? Wie war's suas? Wie war's hier? Wie war's hier? Prozent Vorrednis nicht auf hier Mann Na komm! Na komm! Nee, geht nicht. Das geht nicht. Oh, was ist mein Koch? Was ist denn am besten? Oh, was ist das? Jetzt werde ich! Oh, was ist das? Nichts und kein Lerner! Das darfst du nicht nur sagen! Du musst es dir führen... Du musst also shown... Du hast den anderen. Sagt, dass der Hotel hält ihn. Leute, ich hab voll den Leck. Mann, auch immer. Ist der tot? Ja. Hier ist noch ein Käfer sein. Wo ist der? Was soll der denn sein? Wo ist er? 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 Der behinderte Wichskäfer. Und hier sollen auch zwei sein. Aber ich find die nicht. Ich hab mein Gespür an. Ich müsste normalerweise sehen. In der von Heil und Feuerberg Hauptstraße. In der von Heil und Feuerberg Hauptstraße. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ja, Rubine ist schön. Aber... Wo sind denn diese Käfer? Da. Was? Was ist denn das? Oh Leute? Leute? Scheiße! Ah, irgendwie... ...glaub ich fast. Warte ich! Was ist denn das? Ich bin so dumm, ich finde die Käfer nicht! Oh Gott! Insofern bin ich blöd?! Also wenn ich die Kamera drehe, sehe ich in die Richtung! Okay! Wo ist denn dieser behinderte Wichskäfer? Hier soll er sein, aber hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Wo ist denn dieser behinderte Wichskäfer? Das kann doch nicht sein. Ach doch, schlimmer Bogen. Kein Achtung. Da ist doch eine ganz einfache Idee. Die erste Mal ja einfach die ersten vier in dem Haus, ja, aber mir gab es die Kunden. Aber hier ist doch keiner, wie soll ich denn? Hier in einem Sinne ist doch nichts. Das ist gut. Nein, 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 nein. Haha, ich bin ja so dumm wie ich aussehe. Und spurt geht's. Vier Minuten. Da ist einer. Da ist Anna. Das sieht aus wie ein Gasthaus. Soll ich springen und das anzünden. Soll ich das zu wollen? Ja. Soll ich das zu wollen? Geld ist schön, aber... ... 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 Warte, wie komme ich denn zu diesem... Hier ist auch einer. Ja, das ist heute voll. So nicht, mein Freund, ja? Na, komm her zu mir! Komm her! War das der da? Das war der, oder, hier drin? Nee. Ich weiß, wo er ist, aber ich komme nicht hin zu ihm. Ich weiß, ich muss das, ich muss, äh, das Feuer anzünden, aber... Link zündet das nicht an. Ist er nämlich heiß, aber geht er nämlich raus? Geh mal raus. Geh mal raus. Aber den da finde ich nicht. Ich weiß nicht, wo der sein soll. Keine Ahnung. Geh mal raus. So. 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 Ding? Aufschößen soll das Spiel? So. Ähm, ich glaube, wir machen noch ein Part. Also, bis zum nächsten Mal, nicht vergessen. Müsstest du dir mal kommentieren, teilen mit mich, abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.